Musik 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 Wir bei Vini präsentieren in diesem Jahr als Weltneuheit das VINEA Flow ein Arbeitsplatzprogramm mit dem schnellsten Motortisch der Welt der Tisch mit der Ecke für eine einfache und intuitive Bedienbarkeit VINEA Flow für mehr Bewegung im Büro mit zahlreichen Gestaltungselementen Mein Name ist Perola Müller ich bin Chefredakteurin des Marktinternverlages in Düsseldorf und ich freue mich, dass ich heute hier bei der Firma Vini zu Gast sein darf um das Leistungszertifikat was in der Branche sehr begehrt ist überreichen zu dürfen und zwar zum zweiten Platz unserer Handelsbefragung die wir immer anlässlich der Orgatec durchführen Die Firma Vini hat dort mit der Note 1,99 im Gesamtergebnis abgeschnitten Herr Pannkuck, meinen herzlichen Glückwunsch Ja, Frau Müller ganz herzlichen Dank für die Überreichung der Urkunde ich freue mich, dass wir insbesondere in den Leistungsbereichen Schulung Vertriebsunterstützung und Außendienstarbeit punkten konnten nochmals herzlichen Dank für Ihren Besuch und wir sind gespannt wie wir uns vielleicht in den nächsten zwei Jahren noch weiter verbessern können Danke Frau Müller Dankeschön Schönen guten Tag, mein Name ist Alexander Kort von der Helmich GmbH aus Berlin Wir sind Büro- und Objekteinrichter Wir kamen zu Vini über einen Bestandskunden von uns der unbedingt Vini Möbel haben wollte Nach dem Termin im Vini Showroom in Berlin waren wir so angefixt von den Möbeln von Vini durch die Vielfältigkeit durch die Farbenvielfalt oder auch durch die vielen Sonderlösungen Abstückzahl 1 und wie man hier auf der Messe natürlich sieht mit aktuell den schnellsten Motortisch der Welt Musik Mein Name ist Joachim Astor von der Firma Büroplan Stefan Wendel in Frankfurt Ich bin dort Prokurist und zuständig unter anderem für den Vertrieb Büroplan ist ein innovativer Objekteinrichter der Kundenanforderungen umsetzt in Planungen und dann ideale Lösungen für den Kunden in allen Größen und allen Branchen liefern kann Wir arbeiten mit der Firma Vini zusammen weil wir mit Vini einen Partner haben, der zukunftsorientiert denkt Produkte entwickelt und visionär diese Produkte auch umsetzt im Markt Mein Name ist Tobias Günther Ich arbeite bei der Kleber KG aus Rösrath Die Firma Vini ist für uns ein Partner mit dem wir im Bereich des Interior Designs, Einrichtungsdesign von Arbeitsplätzen, aber genauso von Collaborative Bereichen bis hin über Empfangsbereiche, Konferenzbereiche zusammenarbeiten und da ist die Firma Vini eben für uns einer der starken Partner und da ist es an dieser Zeitpunkt Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020